Guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend, guten Abend, geläubt der Heilige Bar Schäfer, als wir uns in der Kirche gewinnen, in der Kirche gewinnen, in der Heiligen Rebbe, der Rebbe geht ins Eiz, als wir uns in der Kirche sind, zu kennenlernen, du auf der Welt, erleben wir so, wie wir leben in Ghanaden. Der Rebbe sagt, zwischen mir und der Mashiach ist nicht du kachillig. Was ich suche, das sucht Mashiach. Was ich lerne mit dem, das geht Mashiach lernen von der ganzen Welt. Ein Kachillig ist du zwischen mir und Mashiach. Wenn ich suche, ist es noch du ab Chir. Es ist nur eine Wahl, ja zu folgen, nicht zu folgen. Wenn Mashiach kommen, Mashiach heranbringt an dieser Gärtlichkeit in der Welt, als Menschen schnell und immer was Mashiach zu sagen. Ich suche, wenn wir so reden zu den Eibisten, das geht Mashiach zu sagen, wenn wir so reden zu den Eibisten. Ich suche, wenn wir so sagen, freilich, wenn wir so danken dem Eibisten auf jeder Sache, was man hat, das geht Mashiach zu sagen. Der Kachillig ist nur jetzt, darf man Chizik auf dem, noch einmal, noch einmal. Wenn Mashiach zu kommen, hat man schon gesagt, dass wir Chizik auf dem. Wenn wir so sagen, ich so sagen, dass wir so sagen, die Menschen gode, das Giro, das Giro der Eibisten, das Giro der Eibisten, die. Das sind alles, dass wir so sagen, dass wir das frei, und das Bowen zusammen haben, und so sagen, dass wir so sagen, mit jeder anderer Menschen geben. mit ehrlicher, teures und naches von den Kindern in der Einiglich Hand die Geschirr im Rabi's Lahrim reiden wegen Chenich und wir sind jetzt rausgegangen von der Teig für Chaneke Chaneke schreibt Marash ist Teig, was ist gestellt Lechanech, mit Chanech zu sein, der ist die, Chaneke ist der Lusche für Chanech in Schelchen Urech geduht ganzes Zimmern, Hildich ist Melamde, Hildich ist für Hamelamde Einer von Hildich ist für Hamelamde das ist, amelamme tunisch Arang an in Klaas fahrer erst wegen dem, jedem was, du hast dich und du hast dich ein Geiger was, du hast dich ein Geiger denn du hast dich weil du amelamme tunisch an mit den Kindern oi wir fast oi wir erst nicht wird man in der schlechte Mood und nach mir so schlechte Mood one plus one ist du schluckt man schreit man tschepet man verscheint man als du halloche amelamme darf schluffen amelamme tunisch gein zik an simches banacht oi wir geiter zia a simche banacht er geht nicht schluffen zeitlich mizernemen abimkoim also einig einig übernemen und tunisch an keim min kitte oi geit amelamme daran an kitte mied nicht ausgerieet is one plus one ist zwei geit geit schlucken hat geit schreien hat geit verscheimen hat geit 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 jede frau so so a fro hat gassen hat kinder daf melene met hilges melamme je det zwa luche zugegenk was geit tun bei jede frau daf zahra achten geben a fro daf essen in afro daf schluffen oi baf fro chas be schulem es nicht schluff nicht we laden vene de kinder plus de man is de zah hier a wichtige zah zich ketzen nemen van zich me mis essen giet en me mis schluffen giet zu vrouwen zah man is kan koe ach nor schluffen de pours u ba nacht daf gapp madrimmel in mitten tuk aber zah trachten nein ich daif laf rous gain ich schluff batuk ich weiss nicht es is ka normale sach zah a normale sach a fro so die schluffen mit kind er so gapp madrimmel mitten tuk oj ba fro daf es om misi es dien misi kennis dien misi es dien balderai saig de boss kim chon im is ibi gestrengt weet laden finne de kinder laden finne is a mama a frau a jüdische mama daf zah achten gimme sie essen giet in zah nagite giste in englisch food make de mood essen make de mood d santa sachs steigt wenn de schwute man range war fin josef in grieb ste fregen de kas ve saist a goib old as giet in di wafs taran abrider in grieb in schleng mit chaias in die setz te bam grieb bam bam bad zura mach en apari es nas tida so de heilige ben a sas scher am o die gesa ha de schwute mam getracht ef scher man is gerecht ef scher man range war gantse maghloike zwischenseit sim daf me har ginen zon is om se geset se 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 ze 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 vigtig a vrou zol kern nemen van zich ze fris stof mag scha kawe es apus es agite frisch tig es salong spare de kinder kem heim es apus ze 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 es ze ze en ze schluft na de jeshiwe to chien sam achtes marash me gehaiz na zel effe na de jeshiwe me haze exam boe her je ze 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 alle kinder de alle boe her woz kim a schieber fin gezinte elter na gezinte tat a freilige tat a freilige mamma in ge liebs scha de kinder in ge achte op de kinder en sche be care ab d de bleib mid de board de pay is w oz mamma achte mamma ma tat mamma ze 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 fri d ze d ze ze zo ze 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 can ze z Als es nicht begann, es ist eine neue Welt, eine neue Welt, und da versucht man sich zu beten, die Mädchen, aber so sind sie, sie sind in der Heim. Aber wenn sie rausgegangen sind, müssen sie gewinnen draußen. Ich bin in der Heimweg, wenn sie gewinnen in der Heim sind. Meine Mutter sitzt in der Heim, und sie ist nicht in der Heim. Sie ist nicht in der Heim. Wie ist sie? Sie ist gegangen in die Shopping. Was heißt das, wenn sie nicht in der Heim fahren? Ja, sie ist in der Heim, die Bari ist in der Heim, aber sie ist nicht in der Heim. Sie ist jetzt in der Store gegangen in Shopping. Was heißt, sie ist in der Heim? Nein, habe ich gesehen. Ich habe eine Angegung von dem Fenster. Ihr Gif, ihr Scheitel, ihr Coat, ihr Cape sitzt in der Heim, aber ihr Meuch ist nicht in der Heim. Und leider, leider, jüdische Kinder haben keine Mama. Jüdische Kinder haben keine Mama, die Mama sitzt in der Heim. Und sie ist nicht in der Heim. Sie ist in der Heim. Sie ist in der Heim. Und wir gehen in der Heim. Und wir gehen in der Heim, und wir sitzen auf der Flur, mit den Kindern verbringen. Und wir spielen Karel auf der Flur. Und wir spielen Klicks. Und wir spielen Magnets. Und wir sitzen auf der Flur und erzählen von den Kindern. A Boa, Kamase. Hand, leider, leider, du Frauen. Und wir sitzen auf der Flur und erzählen von den Kindern. Und sie verstehen nicht, dass mit dem, was sie mit dem Smartphone haben, machen sie gut auf ihre Leben. Sie machen gut auf ihre Kindersleben. Und dann versagt, wir bitten die Einbüchter, die Einbüchter helfen. Und wir sollen auf dem Zeichel, und wir sollen wissen, dass das nicht kann. Und wir sagen, viele von den Dosen sind so sehr blitzig. Und wir sollen auf dem Zeichel. Und wir sollen auf dem Zeichel. Und wir sollen auf dem Zeichel. Und sie sehen, dass es interessant ist. Und wir können sich schreiben. Und wir können reden zum Menschen. Und wir können shoppen. Und wir können gleich sehen, dass es in jedem Haus ein kaltes Bild. Und wir können gleich sehen, dass es immer ein Bild. Aber leider, leider, mach das. Und die Eltern sind so ein bisschen scheiß mit den Kindern. Und jetzt macht das an die Kinder, wenn sie wachsen sind. Und wollen sie so auch töben. Und die Kinder wachsen, wollen sie so auch töben. Und wollen sie können, dass das Kind gassen töben. Und wollen sie können, dass das Kind lebt. Und wollen sie gerne leben. Und ich sage, bitte, ich bin der Heilige, wenn sie verhelfen. Ich soll um Zeichel. Ich soll nicht dachten, kein Smartphone. Ich soll nicht loslassen, kein Smartphone. Und ich soll es nicht töben. Bei Frauen ist es eine Sache, eine Ärgere Sache, wie bei einem Mann. Sie tun Menschen mit Smartphones. Sie dürfen es töben. Du bist in der Businesswelt. Farfall. Du bist in der Businesswelt. Oder so wie eine soll sagen, ich habe kein Telefon in der Heim. Nur, ich weiß mein Spruch. Sie reden nicht auf kein Telefon. Bei Frauen wollen wir in der Heim, wenn ich kein Telefon habe. Fein. In der Heim, wenn ich kein Telefon habe. Ich habe mir ein Haus auf mein Telefon. Wenn du ihn geladen hast, dann darf man auf mein Smartphone. Okay. Darf man schon sehen. Darf es filtern. Als Aßortfilter. Als Aßortfilter. Man darf es auf. Das ist ein Business. Er darf auf eine E-Mail. Er darf keiner allein Geld in der Bank. Er darf keiner checken in seiner Bank. Er darf keiner reden zu Menschen in anderen Medien. Aber eine Frau sitzt in der Heim mit Kindern. Eine Phone. Eine Smartphone. Eine Frau. Wie? Wie? Es ist so schlecht. Es ist so bitter. Es ist so bitter. Er gibt keine Beamten mit denen. Er darf keiner. Er darf keiner sich. Er darf nicht woher kommen. Er darf eine E-Mail. Er darf niemanden zu lassen. Er darf nicht woher kommen. Er darf nicht woher kommen. Diese Menschen sind aber auch auf der Weg. Das ist so einfach. Da wird eine Abenteuze sind. Sie fragten sich vor allem. Da kann die sich nicht mehr. Das ist wirklich so etwas zu tun. Das ist eine Abenteuze ist. Ich kann das nicht woher kommen. Du bist der Floor? Ich sage, nein. Nein, das ist nicht ganz nichts. Ja, aber ich sage, du bist ein Heichelakoy, du bist ein Zeiss von der, ich weiß nicht, wie es mir rief das, von der Knackers. Wo die Seiss bei der Zweiten, meint doch noch nicht, dass die kein Stehen. Und als ihr Waffen nicht weg einem von manchen Helle, meint nicht, dass man mega so geil ist. Warum hast du mir gesagt, man kann nicht schnappen kein Kapp. Als einer, warum hast du mir gesagt, dass die Waffe nicht schnappt, wo soll ich den Rauswerfen? Kennt nicht, man darf verraten schein, man darf verraten schein. So meint es jetzt zu sagen, oh, kiek, die Rechive schmeichelt zu der Kappel, die Rechive nimmt sie heran, Schabussum, man darf nicht schnappen durch. Zeiss doch, nein, ich bebeet, ich gehe, ich bin auf Lunds, wo soll ich dir, dass sie gerade kein Kind, dass sie nicht schnappen, wenn sie nicht gerät zu ihr, in den jungen Juden, von der Scheinkheit, von der Snias. Und sie bekamen mit dem Message, dass Snias ist eine schlechte Sache. Du bist froh, weil sie will nicht schnappen durch. Du bist froh, weil sie meinen, man kann gar nicht mit dem zerlusten Scheitel, man kann gar nicht mit dem langen Scheitel. Was ist das? Was nicht? Man mag, man mag alles. Kannst du mich nicht, kannst du mich nicht, kannst du mich nicht. Wenn sie gesagt, ich wollte mir gehad, gesinnte Teachers, gesinnte Eltern, wo soll er anleiten, als Snias ist nicht kein Knast. Snias ist nicht kein Knast, Snias ist eine scheine Sache. Ich suche es gescheitere in der School von den Teachers, von dem Prinzip. Wenn die Rechive schmeichelt, suche ich Scheinkeit von Snias nicht. Me tun nicht, me tun nicht, me tun nicht, me tun nicht, me tun nicht. Sechst du, ein Mädel geht umgekehrt in Karts, so geht es nicht Schein, es ist ein Prost. Ja, Prost, ja, es ist ein Stiles. Schein ist es nicht, Eidl ist es nicht, nicht, me tun nicht. In der Jüdischen Mädel darf gehen umgekehrt in Schein, in der Jüdischen Mädel darf gehen umgekehrt in Eidl. So es kommt aus, die lehren es aus, der Mensch, nicht schniss, nachher sagt, me tun nicht, me tun nicht, me tun nicht. Ich habe mich froh, was will nicht, was will nicht aussehen. Ich habe mich froh, was will nicht aussehen, was will nicht aussehen. Ich weiß nicht, Eidl soll sie gehen, man darf gehen umgekehrt in Snias, die weiß, die willst du umgekehrt in Eidl. Wer für ein Eng will gute Kinder? So, man soll eine Frau suchen, als sie will, um Kinder, wo sie in Rechmutzland ausgehen, in der Jüdische Mädel zu gehen. Nicht du, dass sie sein. Nicht du, dass sie sagt, jeder will gute Kinder. Der habe gesagt, dass eine Frau geht umgekehrt in Eidl, dass eine Frau geht umgekehrt in Snias, dass eine Frau redt Eidl, als eine Frau fliegt sich Eidl, hat sie hoben, Kinder, ehrliche Kinder, Zadikam. Warum soll man das nicht tun für die Kinder? Warum soll man nicht gehen umgekehrt mit Snias für die Kinder? Warum soll man achten, warum soll man allein leuen sich alles wegzugeben? Warum soll man allein losgekehrt, so sagen, Gehörige, noch die Knie? Warum soll man allein sich achten geben, also ich habe eine Schale oder ein Kleid, es ist bei der Borderline, ich will zurücklegen in der Store, ich will endlich gehen, eine Sache, wo es ist klar. Wie essen? Wollt ihr fragen, die Gastronen, in jedem Restaurant essen? Die Gastronen, in jedem Restaurant essen? Das versteht jeder als das Essen, das verhebt sich. Du weißt, dass das Kleid, das verhebt sich. Du weißt, dass das Scheitel, das verhebt sich. Du weißt, dass das Strim, das verhebt sich. Du weißt, dass jeder sagt, was ein Frau, geitungen, das verhebt sich. Man kann auch nicht liegen, kein Hechtchen, weil ich kann es nicht darauf liegen, auf das Zeiss, als Zeiss, nu, vor die, was das Zeiss, nu, 38, als Zeiss, 35. als sie zu kuchen, bald da ranke man eine Frau, wo die Frau vor sie sich, in dieser Tür platzen, mit der, kann ich machen, kein Hechtchen auf dem. Bei jeder Frau, wenn sie kauft ihr Kleid, darf sie wissen, sie kuchen, in der Lage, zuge mir, ich frage, in der Lage, die lasst da eine Frau, also ich gehe in, ich frage einem Mann, die lasst da eine Frau, also ich gehe in, die Frau kommt her an, zu mir in den Office, ich darf anhalten, ich schreibe raus, von du, also ich komme mal an. Ich weiß nicht, wie soll ich wissen, ich weiß nicht, so kann sie ihre Mama fragen, nein, meine Frau will nicht ganz ihr Mama schwiegen, weil jeder muss, sie hat eine Kammer, auf ihre Hose, nie, freu dich, als einer, so kann sie eine Frau, wie soll sie da vor sein, ja, freu dich, als einer, sie ist doch ausreichend, ich muss das lange, wie eine Pienerruf, bei der Mann, du eine Pienerruf, das ist doch, ich sage, ich sage, ich weiß, eine Frau mit einer Strahme, ja, eine Frau mit einer Strahme, ich weiß, eine Frau mit, alle meine interessante Sachen, wie soll sie gehen, umgetein, freu dich, hat die Mama, sucht dich, wie soll sie gehen, umgetein, warum ist das wie eine Knaas, warum ist das wie eine Knaas, die willst doch um gute Kinder, die willst doch um ehrliche Kinder, die willst doch um ehrliche Kinder, die weiß, was geht darüber auf jüdische Kinder, die weiß, was geht darüber auf Menschen, faltig von jedem, sprüche von allerlei Kinder, es gibt ein Verlacht, Verzinnigkeit von Eltern, alles geht, alles macht man, wie lange ich sehe nicht aus, wie ach ja so ein Reich, bis der, ma, du siehst schon, ich gehe nicht, mit der Schwimmhaus, gehe ich nicht, das ist ja nicht kein Schwimmhaus, das ist bald, der Mensch, wie geht das Schwimmhaus, wieso kommt er uns, das Schwimmhaus, wieso kommt er uns, das Schwimmhaus, noch ein Masch, noch ein Masch, und dann, was ist das sicher nicht, wie kann ich nicht, die keine kleine Schmerz, die kann es gehen, angetein, ist das, soll ich Ihnen sagen, an dieser Seite, als ich komme, wenn du erholst, mit Smedrisch, wablich, an der Zehns in Konteri, komme ich mit der Sprache, in der Gefühle, dass ich nicht, es geht da, dass ich nicht, dass die Schmerz da, ein Sticker auf sein, Kuscher, ich probiere mit sov' Lunes, geschreibe noch ein Brief, und noch ein Brief, und noch ein Brief, und ich rede noch ein Drüsche, noch ein Drüsche, noch ein Drüsche, 11, 12, 12, 18, und das ist viel ehrlich. Wenn du sagst, einer kommt mit einem Smartphone, und er dreht sich durch, und er hat einen Gaben von einem Zadig, und er hat einen Gaben gemacht, bis er ist, er hat einen Untermenschen, das meint nicht, aber ich gehe mit dem, ich mache das so. Such dich neben mir, ein kleines Wort, neben mir. Neben mir. Sag mal, die Schiffe soll geben, ich habe nicht schon mit einem Smartphone. Ich habe nicht schon mit einem Smartphone. Ich habe nicht schon mit einem Smartphone. Ich mache nach Schnell, ich mache das, ich sage mir alle, die Gelläden sagen, zum Beispiel von Smartphones. Ich sage, ich sage Mäcazik, und dann sagen, oh, ich sage, ihn. Verkeert. Ich habe einen Schnell, dawan, ich lerne. Schuster. Oder an der IBI, ich stehe, ich nehme mit dem Bereich, das sein, ich kenne mich mit dem Smartphone. An der IBI schon so nach oben, und dann sage ich, oder gerne, wo man Computer in der Heim, in die Schmerzerland, mit meinem eigenen Hand, zu brechen, mein Stieb. Was sage mir, dann schlauchten sie mir, Ich weiß, wir sind in der Heim mit den Kindern, redden mit den Kindern, spielen mit den Kindern, schmissen mit den Kindern. Aber ich sage, bitte mit mir ein bisschen, weil heute Jüdische Frauen, die in der Heim sind, aber sie sind nicht in der Heim. Und nachdem, die Kinder wachsen auf, die Kinder wollen hoch, oder so. Und dann will die Eltern schreien, nein, kiek um wie schlecht die Kinder sich aufvielen. Entschuldig, das ist doch das Kind, wo die ist gest. Die ist doch auch davon. Ja, aber ich weiß wie eine, wie es ist. Okay, dann können die Kinder doch suchen, was ein Kind. Ich weiß wie eine, wie es ist. Wo ist es für Eltern, wo es bringen, ich kann ein Computer in den Stieb. Wo ist es für Eltern, wo es nehmen, ich kann ein Smartphone. Fragt eine Frau. Eine Frau mit dem Smartphone ist eine Kasse. Eine Kasse. Ein Mann, okay. Da bringen ein paar Nuss. Darf man nicht so suchen. Weiß in der Heim nicht, in der Schule nicht. Dort, ja. Aber eine Frau mit dem Smartphone? Weißt du, hier gibt noch Geld. Da klappt ein Tier. Zinocke. Der Kind kommt zu der Mama und sagt, Mami, der Geldgeist kommt zum Tier. Er sagt, Mami, nicht in der Heim. Amor, das ist gar nicht leidend. Er sagt, Mami, nicht in der Heim. Mami, nicht in der Heim. Hand ist es, Mami, nicht in der Heim. Mami ist nicht in der Heim. Wie Mami? Mami in Shopping. Mami ist nicht du hier. Bari, sitzt du. Halusches. Na, wo sitzt du so, in so, in so, in Schuhe. Zich getrauf mit der Schiech, zich getrauf mit der Schiech. Die Schiech, du steht und guckst, du guckst, du guckst, du guckst, du guckst, du guckst. Ah, die Kinder, lech warten auf die Mama, sie will nur ein bisschen liebschaffen von der Mama. Sie will nur ein bisschen schmissen mit der Mama. Kind kommt ein Heim für Chaider mit der, mit der, mit der, mit der, mit der, mit der Katschke, die gezeiht. Oh. Oh, wo ist nicht der Mama? Mami, jetzt busy. Nein. Nein. Wow. Das ist ein Mensch. Und das ist ein Mann. Und das ist ein Mann. Und das ist ein Jied. Stand in der Kinderschap, geben liebschaffen der Kinder, redden sie die Kinder, spielen mit der Kinder, verbringen mit der Kinder. Und als alle Kinder teppels getein, wenn alle Kinder teppels getein, betoest, teppels gebrauchen, neppels ausgegaassen, kommt immer noch eine Schchaiwmisse, weil die kannst du auch nicht machen, kein Problem. Die kannst du auch nicht ausgießen, und die kannst du auch nicht verdrehen. Das soll erachting geben, nicht zu tschappen, meine Kinder persönlich. Ich darf mir so ein Acht hingehen, eine Böne schreien, darf mir ein Böne schreien, darf mir ein Böne schreien, helf mir. Ich soll um Koi zu meinen Kindern, ich soll seine Scharupuschen, und umschreien. Lass mich sagen, du willst spoilern, mein Kind soll ein Geneschen schlappen. Mein Kind vergesst, weißt du, ich darf das Heimringen für die Schule gelassen, in der Schule gelassen, ich darf das, dass du es trug und da gelassen, auf den Bass gelassen. Die schlappen, die Schlamasel, für die weißt man, man kann nicht geben. Man kann nichts geben für die jüngere Kind, wenn man ein Kind verhandelt, ich darf das Heimringen nicht geben. Okay, wo ist das denn? Zwei sagen, ich sage jetzt so, mein Kind als Schlag, mit der Schule. Weil in seinem Kopf, geht er jetzt, in seinem ganzen Leben, ich kann es nicht tun. Was sagt mir, ich habe es schon mal gemacht, ich habe es schon mal gemacht, ich habe es schon mal getroffen, ich habe es mir, kein Mensch getroffen. Was habe ich gegeben, von den jüngeren Brüdern, er will, gehen sie zu schreien, er will, gehen aufpicken Sachen, weil ich, ich lasse immer, ich weiß, ich gehe, ich muss das, ich muss das helfen, wenn du das Kind, hat man, als du das Hof wohnen, hat man begonnen, zu brachen, dem Kind aufpitzelig, muss er auch 18 geben, er ist froh, ich habe es noch mal, ich darf gehen, es darf gehen, ich darf sein, zu sein, zu sein, zu sein, zu sein, mit narischkeit, ich beteide, die jüdische Mamas. Verbringst mit den Kindern, verbringst mit den Kindern, noch ein bisschen, die Kinder wachsen auf, die Kinder, wollen kicken auf die Eltern, vervus, weil die Eltern denken, wie ist er von? Er ist ein bisschen mit Mann, mit Mann und Freunden. Tate und Mama dürfen sich heranlegen, die Kinder, schmissen mit den Kindern, verbringen mit den Kindern. Reden scheinen zu den Kindern, tragen etwas interessante Sachen für die Kinder. Kinder sehen nicht aus, Kinder sind nicht aus, Kinder sehen nicht aus, Kinder sehen nicht aus, Kinder dürfen nicht in Restaurants. Und Männer dürfen auch nicht in Restaurants. Ich sage mal, dass ich sage für die Frauen. Ein Mann hat lieb, die Wappen essen. Noch einmal, ein Mann hat lieb, seine Wappen essen in der Heim. Ihr Freund dreht in den Kopf, komm raus, komm raus, komm raus, komm raus. Die Männer gehen mit, wo sagt er? Mein Wappen, ich darf nicht verschwinden bei uns. Ich darf an Restaurants, ich darf so ein Loch im Kopf. Ich will, mein Wappen essen in der Heim. Du hast lieb, ein Mann. Ein Mann wird sagen, ziegezweig in seine Wappen, dann sind er zusammen in der Heim. Die schläppt darin, den Mann in alle Plätze. Ich kann sagen, es sind schöne Sachen dort. Und es sind andere Frauen, die anderen schon geteilt. Und die ist noch nicht in Bad Soeren von dem. Und die ist da für die Verständnis, die sich hierherstellen. Und die ist da für die Verständnis, die ist da für die Verständnis. Und Kinder sind sicher, um lieb zu sein in der Heim. Kinder dürfen nicht aus, mit kein Schmau-Rings, mit Gönisch. Aber es ist da, die Mama nicht in der Heim. Sie sind jetzt Shopping. Es ist nicht mehr rausgegangen. Es ist nicht mehr rausgegangen. Ich muss ein bisschen in der Karte sein zusammen. Ein bisschen mehr spazieren. Aber Kinder, um lieb zu sitzen in der Heim. Verbringen in der Heim. Und die Mutter, die Mutter, die Kinder wachsen, auf die Kinder geschehen. Die geschehen sind sehr gut. Die Mutter hat sehr gut. Es gibt noch eine Schuhe, es gibt noch eine Heide. Es gibt noch schlechtes Abweich, es gibt noch nicht. Aber die Mutter, die Mutter nicht kriegt. In Form von den Kindern. Das ist sehr gut. Kein Mühl kriegt dich nicht in Form von den Kindern. Ein Mann hat etwas getein. Die Heim kamen spät. Die Tieren haben sich auf alle Kinder stehen dort. Halt ihn nicht vor in Form von den Kindern. Kinder werden erschrocken. Kinder dürfen beide. Die Tate und seine Mama. Und die narische, narische Frauen. Ich habe ihn gesucht. Ich habe ihn gesucht. Und er will wissen. Zugem, 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 zugem. In der Zad. In der Zad. Nicht in Form von den Kindern. Vertrauet, jetzt schau. Die Mutter hat sich so festgehalten. Die Mutter hat sich geschrien auf den Geweiss. Er hat sich vorgehalten. Und ich habe ihn gesucht. Ich habe ihn gesucht. Es ist eine Form von den Kindern. Ich habe ihn gesucht. Ich habe ihn gesucht. Ich habe einen halben Schuhe. In Form von den Kindern. Ich habe ihn gesucht. Die Form von den Kindern. Nein, ich hab mir gesagt, du weißt, dass du dich schriegst von den Kindern. Aber wo darfst du mich jetzt zu suchen von den Kindern? Wo willst du? Wo willst du? Wo schreist du? Chill. Baruch da, Baruch da. Kiemen, kiemen da, zahe. Ich weiß nicht, wie soll ich mich tanne mit meinem Vater? Ich hab mich tanne mit meinem Vater. So geht vor der Wecke, Shabbos, der Vacation. Zertalte an den Kindern. Einer Ratsche der Großmater. Einer Pesnatel. Mama ist auch ein Feuer. In der Heine, der Zahn, Schulem. Du hast dich etwas darin gehen mit dir? Wenn man aus der Nacht ein Hotel hergeht und man sagt, Oh, wustanen, 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 wustanen. Wir daheim gehen, in Form von den Kindern darf man so was lieb schafft. Kinder haben sehr lieb zu gehen, wie der Vater besucht von dem Mann. Als sie so sehr geht. Und ich habe sehr lieb. Sehr gesund für Kinder. Sehr gesund für Kinder. Nicht ganz Zärtlichkeiten. Euch beide von euch kennen, ich kann euch alles fragen, was ihr meint. Nicht ganz Zärtlichkeiten in Form von den Kindern. Nicht ganz Zärtlichkeiten in Englisch. Physically nicht, aber... Reden? Sehr gesund für Kinder. Sehr gesund für Kinder. Nicht ganz Zärtlichkeiten in Form von den Kindern. Das ist gut, weil Kinder werden erschrocken von ihm. Kinder stehen in der Zeit und sagen, Tati und Mama kriegen sich. Ich muss gleich bezahlen. Er ist gerecht. Tati hat es gerecht, aber ich habe seine liebe Mama. Und sie stehen sehr, sehr schönsend. Ich kann nicht sehr viel von ihm gelaten. Ich denke, es sind doch für Joens zurück. Ich habe seine Feiert von Tati und Mama. Und sie stehen, sie bleibt in Kauf. Tati und Mama, haben sich lieb. Tati und Mama, haben sich Covid-19 zweit. Man kriegt sich nicht vor, wenn die Kinder. Da haben sich die Hälfte von der Frauen. Alle sind so ihr gezogen. Sie sind nach Hause. In der Morgen sind sie nach Hause. Ich habe beide fünf Machen, ich habe die Schäufe und habe meine Fälle eine Pushthe Flippfone, ich habe einen Meistuch in der Heim, du kommst voll. Ich habe die Mutter den Flippfone, ich habe die Mother lebt und ich habe die Mutter den Flippfone. Ich habe meine Eltern tun, ich habe die Kinder, ich habe meine Nachher von den Kindern. Ich habe keine Eltern mit denen, ich habe meine Eltern mit denen. Ich habe meine Eltern nicht mehr, denn die Kinder arbeiten daran. Schleimann-Melech sagt, schau sie sich schiff, du bist so in der Benut. Aber der Mensch nimmt den Weg, der passt sich. Aber der Mensch ist nicht mechanisch an Kinder. Er hat Vater-Kind. Aber Mama soll nicht schreien, dass mit dem, wo sich mein Kind losgeht, alles dient, mit dem habe ich lieb mein Kind, und mit dem haben meine Kinder geblieben, getreut sind mir. Pinkt verkehrt. Pinkt verkehrt. Kinder darf man mechanisch sein. Kinder darf man suchen, wie sie man geht umgetein. Kinder darf man mechanisch an auf des Niets. Die scheinkheit von den Niets. Die scheinkheit von den Niets. Nicht betonisch, betonisch, betonisch. Die scheinkheit von den Niets. Die eidelkeit von den Niets. Die raachkeit von den Niets. Und die nicht scheinkheit von下一ольше. Und die nicht scheinkheit von... Das Life des Arts. Menschen kommen aber zu Breslau. Ja, aber in Breslau kamen alle stillen. In Breslau kamen gar nicht einedgemäßig in'mivillen. Breslau kamen gar nicht inGA岸 flie Quem will. Die ganze Scheitel hat mir nur die Mutter gewöhnt. Die Frauen haben sich aufgeschnitten in der Hurt. Die Frauen sind nicht aufgeschnitten und fliegen bis dahin. Ich weiß nicht, dass es ein Schuh kann es nicht sein. Da auf acht Stunden gehen müssen wir gehen. Du willst doch um gute Kinder, du willst doch um gute Kinder. Da auf acht Stunden gehen müssen wir gehen. Weil deine Kinder gehen noch einen Schritt weiter von dich. Und deine Kinder gehen noch einen Schritt weiter von dich. Das ist der Grasen, der Hurt im Kopf. Ich sage, du bist der Heilige Berschef. Ich sage, du sollst wissen, was es nicht ist. Du sollst keinen Bock finden, wenn es nicht ist. Ich sage viel Sachen, ich sage viel Sachen. Aber nicht, dass du siehst. Der Schiff ist nur unter Menschen. Der Schiff ist nur unter Menschen. Wer der Schiff ist nur unter Menschen? Was ist nur unter Menschen? Wer ist nur unter Menschen? Nur unter Menschen ist einer, der zum Heiligen Berschef. Einer, der steht, wo der Heilige Berschef heißt. Ich sage, du es. Ich denke gerade, ich sage mir so. Ich sage, du bist der Heilige Berschef. Ich sage, du bist der Heilige Berschef. Ich sage, ich gehe nicht auf Smartphone. Ich waffe mich raus kein Mensch, weil ich will mich auf diesen Menschen. Und dieses Mensch kommt mit dem Gaitung zu tun. Und ich sage, ich will Gaitung zu tun. Oh, man kennt die, was man will. Man kennt die, was man will. Nein! Ich weiß, was man darf tun. Ich weiß. Ich will kicken in den Spuren verheben, wieso man darf gehen nicht auf den Gaitung. Ich will kicken in die Asche in der Nacht. Ich will kicken in die Asche in der Nacht. Ich sage, es ist, ja bist du auf sein der Eibüster sucht in der Stieb, wenn man nicht ungetein wird, stippt man mich heraus. Die weiß, dass man stippt raus, die Eibüster von der Heim hat nicht an, du kannst Parnose, hat nicht an, du kannst andere Sachen in der Stieb, wenn man 40 Jahre betein wird, man geht achten, wenn man nicht ungetein wird, bringt daran die Eibüster. Die Eibüster ist in Stieb, du Parnose in Stieb, du nachtest in Stieb, du Kinder in Stieb, du schoß, du schoß, du schoß, du schoß, man fühlt die Eibüster. viele Eibüster. Beten, die Eibüster, alles wendet sich in Eng. Statt in Medrisch, Maas, hat Zadig und Gast und Gatt mit Hatzte Dijkers. Zame ist Gatt, kann Kinder vor 10 Uhr haben sie gezocht, kicken her. Stamm, Zang, Gast und Gattung, Kinder, sie gehen mit sich getten. In der Zadig hat Gattung, als schlechte Frau. Nicht ganz nie ist die Frau. Sie hat ihn gemacht für Arrhusche. In der Zadig hat Gattung, Gattung, mit Arrhusche. In er ist geworna, Zadig. Fied er mit der Schoß. Hewaii! Hako il-minu ischu. Alles ist gewandene Frau. Alles ist gewandene Frau. Adi, als er stark mit an die Schnee ist, ist die hohe medelige Kinder. Ich kann ihn nicht kennen, nach Rupschleppen. In Adi, als er Mulder ist, als er schwach in die Schnee ist, ist er mit deiner eigenen 10-Finger zu brechen, dann Stieb. Na Mann ist da Rupschleppen, mich all dachtest, deine Kinder ist zu verlieren, aber auch, dass er ein starkes Kind ist. Ich bin stolz mit meinen Schnee ist. Ich bin froh, dass ich gar nicht umgezogen habe, als ich es darf zu sein. Ich bin stolz mit meinen Schnee ist. Aber ich kann ihn nicht sagen, ihn nicht sagen, aber ich... Ich bin stolz mit meinen Schnee ist. Ich bin stolz mit meinen Schnee, als ich so sage, ruhig. Heilige, was er hilft, ich sage ruhig zu den Kindern. Ich kann essen gehen, ich kann schlafen gehen, ich kann sagen, ich bin stolz mit meinen Kindern, ich kann spielen mit meinen Kindern, und Tati bald zu Hause kommen. Ich kann aufnehmen Tati, als er wie es darf zu sein. Ich kann aufnehmen Amman, als er wie es darf zu sein. Das ist also helfen, wenn ich so sage, und mit folgen der Rebbe des Eids, das ist immer so stark in dem, und wir inzügen, nachher sind unsere Kinder. Ich habe kaum um Chassene gehad. Ich habe schon mal mitzwege gemacht, und ich mache schon Chassene Kinder. Der Leben geht also. Also geht es. Meine Frau dachte, ich geloof, gebt mal ein Smartphone, wenn ich geloof mit Kindern. Ich geloof, gebt mal ein Smartphone, wenn ich geloof mit Kindern. Ich kann schon Kinder, wenn sie sind größer, sie verstehen dich noch nicht. Sind sie noch größer? Ja, ein bisschen kleine Kinder, sie wissen noch nicht. Die ist nicht schoben, kann nachher, sondern Kinder. weil Kinder machen noch die Eltern. Kiemen sie mir ein Koppel zu vorne. Sie sagen, wie soll ich denn, haben wir unsere Kinder? Vielen, sind sie geschoben, so wie es darf zu sein. Und dann schreien wir, und dann schreien wir. Was denke ich, was heißt das, das ist auch Masber. So, ich sage, mein Buch, so geht mit Tati. Bis zwei Jahre zurück, aus den gefressen Sachen, und nach Scheire, mit den schwachsten Herrscher. Als sie hat schieb, hat sie geschickt, ich habe schieb, Tati bei der 40. Nein, so geht es. Er sagt, geht. Meine Tochter, ich habe gemacht, eine neue Rule. Wir können nicht, haben wir uns streben. Wie alt ist deine Tochter? 16 Jahre. Sie hat eine neue Rule, bei 16 Jahren, und wir können nicht, haben wir uns streben. Jetzt gibt es auch eine Rechte, dass ich verlieren, deine Tochter. Wir können nicht machen, keine Rules, bei 16 Jahren. Sie hat sich gehargert, dann stieb. Jetzt ist die Scheirends, ich kann es dir sagen, also ich weiß, ich habe nicht gewusst, was es nicht meint. in der Gemeinschaft, in der Gemeinschaft, in der F-S-P-B-R-U-N-Z-E-N-S-T-R-E-M-P, aber wir können nicht, 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 sondern in der Heimow-S-T-R-E-M-P, machen die Rules, bei 16 Jahren? Nein, 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 nein. You miss the boat. Machen die Rules, jetzt haben wir gerade, wir kaufen nur, mit der Ehrliche Hexher? Also, hier ist 18 Jahren. Ich habe gesagt, ich habe nicht, bei 14 Jahren, das ist ein Kursher. Okay. You miss the boat. Das ist ein Kursher. Das ist ein Kursher. Kannst du nicht machen? Wie machen die Rules, mit kleinen Kindern? In der Zeit, wir haben die, kleine Kinder fallen, sie folgen, sie strengeln. Du sagst, kleine Kinder machen ja, älter nicht. Nein, Babys machen ja, oh Juhu, ich weiß nicht, oh Juhu, ich fühle mich, 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 Spiel dich mit einer Kinder. Ich kann die Kaufe von Matune, was Legos, was Klicks, was Magnets, was willst du? Ich kann mich an die Gescheine sagen in der Heim mit der Kinder. Ja, aber es ist boring, es ist boring. Boring mit Kinder. Ich habe mich an die Kinder schreit, es ist boring. Es ist boring mit Kinder. Ich muss mich auf La Rose gehen, wie darf ich mich gehen? Wie darf ich mich gehen? Die Kinder enjoyen, sie sind in der Heim. Ja, aber wir müssen La Rose gehen essen nergens. Der Mann hat lieb, sie sind in der Heim mit dich. Männer haben lieb, essen finden wir ab. Männer haben lieb, die Waps essen. Versteht sich, dass sie den Schein aufwarten. Aber sie sind aufwarten mit der, mit der, mit der Verdrehen, dem Tichl, und sie fliehen. Ich weiß, sie fliehen dann. Das war der Tag, ich wollte La Rose gehen mit dir, weil Leute, ich wollte nicht mehr auf den Schein gehen. Die Männer, ich wollte nicht mehr auf den Schein gehen, weil Leute, ich wollte nicht mehr auf den Schein gehen, wenn ich die Heimkirche, ich wollte nicht mehr auf den Schein bleiben, dass die Schein gehen. Und das war ein schein und wartender Mann. Aber in der Osten nicht, du es macht Freilich, da bist du helfen. Er hat so gesagt, ohne meine Werte, was geht mir raus für mein Herz, was für mein zerbrochenes Herz. Ich suche ein... Nachher habe ich noch von dir, was folgt mein Herz. Trachtig kann ich mir nicht, den, 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 gehen also, mir stammt, das ist mein Herz. Das ist mein Herz, das ist mein Herz, das ist mein Herz, das ist mein Herz, das ist mein Herz. Ich bin gewöhnt bei Marasch, und Marasch hat er rausgetrunken, in der Frau, für mein Herz. Das habe ich gesehen, nicht rausgetrunken, Marasch hat er... Marasch hat für mein Mann, gehst du da an Wab, soll er ein Heimkirchen, sich tauschen, nach Kleid, mit du, nicht gerne, so ein Ungetein. Und jeder Mensch, der will, ich hast du sie, sie folgen Marasch, das ist ein Beleidig. Ich bin schön, hat das schön gut nicht, aber wenn du folgst Marasch, ja, weil du gerät zu sein Wab, Scheinerheit, du weißt, das ist ein Beleidig, das ist ein Beleidig. Ich mache es freilich für die erste Woche, eine neue Kitschne, die erste zwei Wochen, paint und scrape, zwei Wochen, eine neue Code, für drei Tage, oder bis der nächste Film, was man im Spruch gar nicht mehr sehen. Freilich macht, gibt die Kinder, wollen Kinder, naches für Kinder, das macht freilich eine Frau. Ich habe es acht hingeben, ich habe es nicht, es habe es weggeworfen. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, weil es eine Frau soll, es soll sich ein Schämen, es soll sich ein Schämen zu machen. Ich habe es geblattet von Internet, es soll auch viele Kinder nicht dachten, an die Hostess. Nein, ich habe es geblattet. Deine Kinder wissen, es ist nicht aus meinem Geblatt, deine Kinder wissen, die Mutter hat eine schöne, große Screen, das will ich um, noch die Gassene. Ich kann kaum warten, die Gassene, zum, zum, eine schöne, schöne, colorful, halter für den Fohen, in der Band, das ist eine Sackhalle, und ich lege in der Screen, ich lege ein Picture von dem, das ist zu verlieren, deine Kinder. Wenn du also sagst, ich bleibe mein Fohen, eine Frau darf nicht kein Fohen, eine Fohen, das muss ich nicht verstehen, wenn ich gehe zu shopping. Nein. Ich habe es geblattet. Ich habe es geblattet. Ich habe es geblattet. Wo hast du Maras gesucht? Du weißt für Maras. Wo hast du Maras gesucht? Ja, alle Menschen gesucht, Maras gesucht, Maras gesucht, Maras gesucht, so schön wissen, etwas behalten sich hinter dir. Wo hast du Maras gesucht? Maras gesucht, wo steht in der Teure? Wo hast du Maras gesucht? Wo hast du Maras gesucht? Kiek, wo ist Maras gesucht? Ich habe den Hasch übernachel, zusammen mit der Chassette, 800 Briefe, Maras weint wegen des Nies. Weint wegen des Nies. Schauf, schau gepäuelt, schauf, schau gepäuelt, da bist du helft, und zum Naches von Enkirikinder. Gitte Nacht. und zum Naches von Enkirikinder. Und zum Naches von Enkirikinder. Und zum Naches von Enkirikinder. Und zum Naches von Enkirikinder.